Okay, uns würde jetzt natürlich interessieren die Neuheiten für 2012, wo Sie sagen, das darf nicht fehlen, das ist von uns ganz neu und innovativ. Also wirklich ganz neu und innovativ haben wir hier, das sind High Loft Fleece nennt sich das, man kann es im Volksmund auch Teddy Fleece nennen, man sieht das im Moment wirklich in allen Sporthäusern. Ist ein ganz weiches, ganz tolles Material, gibt es eben hier in Unifarben oder ganz interessant auch dann quasi, sorry, hier dann quasi auch mit einer Struktur. Also das ist dann eben ein reines Damenteil mit Struktur, aber ist im Moment absolut abgefahren in jedem Skigebiet das absolute Muss. Okay, es hält warm. Es hält super warm, es ist wasserabweisend, windabweisend und halt als Fleece super wärmend. Kann ich also sowohl oben oder auch drunter tragen. Okay, sehr schön. Dann auf der anderen Seite, ich lege das gerade mal ab, was auch noch ganz neu ist, ist eben unsere neue Business-Kollektion. Wir haben hier gestreifte und karierte Hemden, die man kombinieren kann mit Pullunder, Cardiganjacke oder auch Pullover. Das sind auch die Messekleidungen, die wir jetzt im Moment tragen, kann man also wirklich schick für alle Messesachen, für auch große Kunden kann man das gut einsetzen. Das sind eigentlich so die Haupttrends, die wir jetzt dieses Jahr im Sortiment haben. Schön. Insgesamt muss man natürlich sagen, sind das nur zwei von vielen Trends. Wir haben insgesamt über 100 neue Artikel. Wenn man 100 Jahre wird, darf man auch gerne mal 100 neue Artikel haben im Textilbereich. Sehr schön. Die Zeit haben wir jetzt leider nicht, aber das sind schon mal die Highlights und wir danken. Genau, ich danke auch. Und der Firma Grimax noch viel Spaß auch in 2012 und viel Erfolg. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Vielen Dank.